Ich freue mich auf den Kampf. Und sofort. Notagama. Was möchtet ihr von mir? Okay, schauen wir mal, ob wir mit unseren beiden Helden hier Schaden machen können. Hier ist ein Beobachter. Fenix, schnell. Habe ich den. Oh man, ich bin so leid. Oh man, ich bin so leid. Das ist schon wieder Schaden genommen, mein Beobachter, warum? Neuer Befehl, ihr wisst, was ihr möchtet, was ihr möchtet? Was möchtet ihr von mir? Was möchtet ihr von mir? Ihr wisst, ich tue es für alle, ihr mich auf den Kopf. Was möchtet ihr von mir? Ich werde ein bisschen Stommel machen. Oh, Templer. Komm, die kriegst du noch. Die sind langsam. Ich tue es für Ayur und Karo Adul. Es wird geschehen. Ich tue es für Ayur. So soll es sein. Es wird geschehen. Ich tue es für Ayur. So soll es sein. So soll es sein. Es wird geschehen. So soll es sein. Ich tue es für Ayur. Tja, Strategien brauche ich jetzt. Ich tue es für. Ich tue es für. Also wenn ihr das mit Räubern mit Räubern… Ich höre. Ich freue mich auf den Kampf. Okay. Ich habe ja sogar Raps. Ich könnte immer hingehen um mehr Gas zu haben. Aber ich denke das wird reichen. Und da sammelt sich irgendwas. Ich brauche unbedingt Passa da. So soll es sein. Wie kann ich behilflich sein? Na, das habe ich auch noch einen Beobachter. Hm. Fenix muss den Beobachter zerstören. Unbedingt. Man kann Serra tun, damit ich das Ganze angehen. Sehr gut. Super, Fenix. So, jetzt macht Serra tun den Rest. Zumindest die Boden anhalten, ja. Das ist kein Detektor. 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 Oder das ist kein Detektor. Das hat sich mit dem Anhung. Mist, ach du meine Güte. 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 Okay, das liegt nochmal anständig. Mist, ach du meine Güte. 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 Was kommt da denn? Woher Templer? Schnell. Schnell hinterher. Der ist schnell, der ist doch schnell. Da kommt wieder so einer von denen. Oh. Schafft Phoenix einen Träger? Ja, das wäre jetzt mal interessant. Ach, geschafft ihn wirklich? Aber locker. Was kommt da noch? Ich bin auch so klar von denen. Ich freue mich auf den Kampf. Für alle Jungen. Warum trifft der jetzt nicht? Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Vielleicht bin ich hier nicht auf den Kampf. Die Zeit habe ich gemeldet. Ich bin zurückgekehrt. was kommt da schon wieder alles woher templar wo ist jetzt zeratul oder fenix was macht ihr von mir was haben die denn vor gehabt krass da kommen aber ständig einheiten hier das geht besser ich freue mich auf den kampf die anbieter können so einheiten einfrieren so wie fenix jetzt dann können sie sich wieder bewegen noch angreifen noch angegriffen werden und ja eigentlich ganz nett wenn man ein paar einheiten damit isoliert im kampf die sozusagen die hälfte der gegnerischen einheiten damit einfriert die andere hälfte dann mit seinen truppen zerstört dann kurz danach wenn die hier wieder freikommt oder zerstört dann hat man bessere chancen deutlich dafür ist ganz praktisch so 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 was brauche ich jetzt dafür eine einheit wir werden wirklich ganz sicher die einheit durchbauen und wir geben dazu zu besiegen werde ich gebraucht ja ich brauche Hetz äh besser Hetzern ich will immer Hetzern sagen über Dragona ist das ja aus ich bin so so dass ihr sein was möchtet ihr was möchtet ihr Ich bin ein von mir. Noctagon! Euer ist Edeltemper. Exekutor? Torsame im Gesicht der Weishe. Ich höre Fiel. Ja, Exekutor. So soll es sein. Ich höre Fiel. Ich höre Fiel. Ich höre Fiel. Warum fälle ich Kopp einhalten? Das verstehe ich nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was möchtet ihr von mir? Im Slag Boy? No. Du sollst sein. Ich höre Fiel. Ich höre Fiel. ich glaube schon wieder nicht unglaublich ich stelle mir jetzt hier oben hin ich freue mich dass man mit der batterie auch nicht gebäude den gehe ich jetzt los und phoenix so jetzt mal ein bisschen die hotkeys verteilt das sind die einen älter das die helden aber ich bin zurückgekehrt narazul rache initialisiere euer wunsch ist mein geschenk das war da, braucht man mit so soll es sein verwendet mich rache bestätigt initialisiere ja für ein uhr wehtsachen ok, beserker stell ich auch mal hier hin für den fall der fehler so diene ich möge mich die ehre weiten ich freue mich auf den kampf noctagana für aure hm ich bin zurückgekehrt empfange initialisiere empfange werde ich gebraucht übertrage initialisiere werde ich gebraucht ich freue mich auf den kampf die es genau ich die 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 Das soll abends auch mit. Ich brauche mehr zu verteidigen. Ich habe die Spielstände viel zu sehr überschritten. Also man kann ja eine bestimmte Anzahl an Spielstellen haben. Ich denke, da komme ich schon bald um eine Grenze. Da muss ich ein paar löschen. Ein paar von den älteren. Ich freue mich auf den Kampf. Was? Machen wir einfach mal an, dann. Machen wir auf meinem Phoenix Park und schicken die mal so rein. Ich freue mich auf den Kampf. Wie kann ich behilflich sein? Könnte ich angreifen? Natürlich nicht. Wie kann ich behilflich sein? Natürlich. Exekutor? Euer Befehl? Ich freue mich auf den Kampf. Was? Was möchte ich von mir?" Darf ich bei euch mal dass? H Big!" Das reicht nicht aus mit dem Herz zu laufen oder was. H'mah. Da muss ich erst mit der ganzen Schala da reinnehmen. Was möchtet ihr von mir übertragen? Nocari, initialisiere. Nocari, Nagazul, initialisiere. Bestätigt. Och Mensch, das wird aber lächerlich. Was möchtet ihr von mir? Es gibt mir aber einfach Nerven, ja. Für Ayoba. Nocdangana. Verwende es mich. Was ist das denn? Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt ist mir mal so blöd, ganz ehrlich. Machen wir es wieder so wie immer. Was möchtet ihr von mir? Für Ayoba. Wie ihr wünscht. So kann er das. Noch ein erreicht. Jetzt kommt er schon an. Warte mal an, Alter. Was möchtet ihr von mir? Exekutor. 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 Für Ayoba. Ja, Exekutor. Das lief für einigermaßen. Ich höre. Was möchtet ihr von mir? Nocdangana. Was möchtet ihr von mir? So. Ich freue mich auf den Kampf. Sofort für Ayoba. Ach du meine Blüte. Da wird mir eine Luft erleichtert. Dann machen wir es gleich über Luft. Hatte ich eigentlich auch lange überlebt. Eure Krieger bekämpfen die Gegner. Beginne. Was möchtet ihr von mir? Sofort. Da ist es. Ach du. Beginne. Befeuchte. Krieger bekämpfen die Gegner. Hier läuft aber auch gar nichts nach Plan jetzt. Das wird aber nervig. Für Ayoba. Hier geht mal wieder ganz schnell rein. Hier geht auch wieder ganz schnell. Hier kommt ihr runter. Ich freue mich auf den Kampf. Sofort. Für Ayoba. Sofort. Nocdangana. Im Standby. Yo. Kuckuckla. Schnell beeilt euch. Ich wollte die Schilder nachlassen. Jetzt muss ich diesen... Kuckuckla. 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 Ich bin ja mal über den 4er wieder. Kuckuckla. Den Schwachen check ich raus. ... Oh Mensch, jetzt wird es aber heiß. Es geht mir mal auf den Nerven hier gerade. Es ist ja unglaublich. Ich habe nochmal einen Treffer abgekriegt, jawohl. Oh. So, hier geht mal alle zurück. Okay. Okay. Hm, kommt schon wieder Gesellschaft sich gerade. Ich freue mich auf den Kampf. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Scheiße, ist aber Tassadar gar nicht da. Ich freue mich auf den Kampf. Ich freue mich auf den Kopf. Ich freue mich auf den Kopf. Das war ja wohl nix. Das war ja wohl nix. Das war ja wohl nix. Eintreffer keine landen. Na, über 100 Schaden selber entnehmen. Oh, was ist denn hier los in dem Spiel? Ich freue mich auf den Kopf. Da läuft ja gerade gar nichts. Sofort. Noctagana. Für Ayur. Noctagana. Ich freue mich auf den Kopf. Oh, ich freue mich auf den Kopf. Oh man. Ich freue mich auf den Kopf. Jetzt nehm ich nur Phoenix mit. Ich helft Phoenix aber leider. Ich helft Phoenix. Wie gewünscht. Für Ayur. Sofort. Für Ayur. So, jetzt geht die Mare parieren. Wie ihr wünscht. Wollen wir mal einen Reserve-Scout? Ja, jetzt kommt die Mare. So, jetzt kommt die Mare. Wie ihr wollt? Die Mare. 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 Sehr gut. Das war sehr gut. Ich freue mich auf den Kampf. Ich guck mal, was wir so raus machen können, wenn wir sie reinschießen. Das war so schlecht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ich brauche wirklich der batterie schickt meine sonde runter überlegt die ganze zeit habe ich heute krass warum drei solcher scouts fasst einen ganzen vermeiden immer besiegen können ich freue mich auf den kampf die da jetzt mache ich diese blöden räuber die machen wir alles kaputte machen die wendetze mit einem laufend ist so soll es sein 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 Ich bin nicht mehr so ein Wettbewerb. Ich bin nicht mehr so ein Wettbewerb. Ich bin nicht mehr so ein Wettbewerb. Ich muss nicht die Sonde eigentlich in dich runtergeschickt haben. Doch keiner runtergekommen. So auf jeden Fall weg. Das war schlecht gespielt. Ach Mensch. Das war da, ist nicht stark genug. Dann nimm deinen Kuppel Phoenix mit. Ach was mach ich denn hier jetzt? Ach was mach ich denn hier? Oh, das war jetzt aber ganz klar meine Schmerz. Uh, nein. Oh. Vielleicht sollte er erst mal aufhören. Ich steifte hier gar nicht. Das war schon wieder nichts. Ich höre hier auf. So, ich schmier aber nächstes Mal weiter. Ich bin vielleicht nicht konzentriert genug heute, dass ich sie hier versau. Oh, Mann. Das läuft nicht. Das läuft nicht. Ja, jetzt ist meine Hebex-Mission. Ich versau es hier gerade übel. Versuch es jemand anderem mal nochmal. Dann macht's auch mehr Spaß. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis da, Crafts. Mit Tassara, Ceratul und Phoenix. Wir vernichten die Konklave. Also. Bleibt dran. Und bis zum nächsten Mal.